Ich zeige euch jetzt, wie man Google Maps im Bubble integriert. Einige haben da Probleme, vor allem mit den Keys, und wir versuchen das jetzt so schnell, wie es geht, hinzubekommen. Manchmal ist es sogar ein bisschen kompliziert mit den verschiedenen Keys. Wenn wir in den Google Maps reinziehen im Bubble, dann kriegen wir hier den Issue. Wenn wir direkt draufklicken auf den Issue, kommen wir in den Settings-Tab und sehen hier, dass wir zwei API-Keys brauchen. Wir brauchen den Google Geocode-API-Key und den Google Map-API-Key. Ihr kommt natürlich auch hier rein, wenn ihr unter Settings-General direkt reingeht. Zunächst mal müssen wir auf developers.google.com gehen. Dort müsst ihr eingeloggt sein und einen Account haben. Wenn ihr jetzt reingeht, dann geht ihr unter Google Cloud und in die Console. Es gibt natürlich auch andere Wege hierhin, aber das ist der Einfachste. Ihr erstellt ein neues Projekt, zum Beispiel Bubble Maps Test. Und das ist meine Organisation. Wir gehen jetzt in das Projekt rein. Wir gehen unter API und Services in die Library und suchen jetzt ein paar APIs, die wir brauchen. Es sind insgesamt fünf. Die erste ist die Geocoding-API. Wir klicken auf Enable. Die zweite API, die wir brauchen, die wir enablen müssen, der einfachste Weg ist wiederum API Library, ist die Places-API. Die gibt uns verschiedene Informationen über Orte. Das brauchen wir dann eben für die verschiedenen Varianten dieser Google Maps-Integration. Man kann auch hier oben direkt eingeben. Die dritte ist die Geolocation. Wir hatten vorhin Geocoding, jetzt ist es Geolocation. Die vierte ist die Maps-Java-Script-API. Die ist natürlich die relevanteste. Ihr könnt immer, das ist das tolle, Google ist eine der bestdokumentierten APIs, die es gibt. Wir können natürlich immer noch mehr darüber lesen und wie das genau funktioniert, wie auch das Pricing der APIs ist. Aber Google ist das sehr freundlich, gerade für kleinere Projekte. Natürlich ist es später dann teurer. Die allerletzte ist nun die Timezone-API, die wir brauchen. Timezone-Data for anywhere in the world. Und das ist die fünfte. Wir haben jetzt alle fünf APIs enabled. Wir können das auch hier sehen, dass diese fünf, Geocoding, Geolocation, Maps, JavaScript. Der nächste Schritt ist, nachdem wir die fünf APIs enabled haben, ist jetzt die Credentials. Wir klicken auf Create Credentials und hier API-Key. Das ist jetzt der erste Key, den wir erstellt haben. Wir benennen diesen um in den Client. Und wir stellen einen zweiten Key, den nennen wir Server. Das hat einen Grund der Security. Und das sind auch genau diese zwei Keys, die uns Bubble gezeigt hat, dass wir diese beiden brauchen. Jetzt seht ihr hier schon die Fehlermeldung bzw. die Warnung, dass wir den restriktieren müssen. Und wir fangen einmal an mit dem Client. Dann wollen wir diesen restriktieren. Application, Restrictions und gehen hier auf HTTP Referrals. Und ihr seht hier, wie man im Detail diese APIs restriktieren kann mit einer Specific URL oder mit einem SAP. Was wir jetzt brauchen, ist folgendes. Add an Item. Und wir nehmen von unserer URL die vordere, wie ihr hier seht, und packen die hier rein und machen einen Stern. Dann. Und jetzt werden alle diese URLs angezeigt, vor allem auch die Version-Tests und die Debug-Modes. So, das wäre jetzt der erste Punkt. Der zweite API-Key ist nun der Server. Auch hier haben wir wieder die Warnung, dass wir den restriktieren. Das machen wir aber anders diesmal. Hier machen wir eine API-Restrictions und wählen jetzt genau die fünf APIs aus, die wir hatten. Wir hatten die Geocoding-API, die wir erlauben. Wir hatten die Places-API. Wir hatten die Geolocation-API. Wir hatten die Maps-Java-Script-API. Und als allerletztes hatten wir auch die Time-Zone-API. Das heißt hier, dass dieser Key nur diese fünf APIs machen kann. Und jetzt haben wir auch den Server konfiguriert. Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt diesen Google Maps-Account verlinken mit dem Billing-Account. Das ist ganz wichtig, um im Endeffekt auch die APIs anzuführen. Leider hat Google kein, also Google will einen Billing-Account gelinkt haben. Und es geht leider nicht mehr, dass wir das einfach so machen, kostenlos. Das heißt, da gibt Bubble einen Fehler auch an und Google gibt dir einen Fehler, dass es nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz haben wir ein sehr großes Free-Tier. Deswegen, ich habe bisher noch kein Geld bezahlt für Google Maps. Aber ihr müsst so einen Billing-Account linken. Wenn ihr ihn noch nicht erstellt habt, erstellt ihn einfach. Ich habe natürlich schon einen und habe den jetzt gelinkt mit dem Projekt eben. Und wenn ich jetzt zurückgehe zu den APIs, mein Dashboard und in die Credentials rein, dann nehmen wir jetzt diesen Server, den packen wir rein in den Google Maps API Key und wir nehmen den Client, den packen wir rein in den API Key. Jetzt, wo wir die API Keys haben, testen wir es noch. Wir gehen auf die Map, machen hier Current Geographic Position, ein Preview und haben jetzt Google Maps.